gleich sehen. Ich finde das Spiel übrigens bis jetzt wunderbar. Es ist ein schönes Spiel, wirklich, also ich stehe total drauf. Ich stand schon auf den ersten Teil so extrem. Bisher ist es noch ein bisschen ruhig, mal sehen. Es wird sicher turbulenter werden, es wird sich mehr tun und wir werden noch mehr Menschen kennenlernen. Ja, ich bin schon gespannt drauf. Also dann legen wir mal mit unserem Spiel hier los. Sollen wir schummeln? Wir könnten schummeln, aber machen wir nicht, komm. Nee, komm wir schummeln nicht. Wir sagen die Wahrheit. Ich wollte schön sein Pirate als ich in den Moment bin. Ich bin ja immer noch in der Zeit. Du bist hella mysteriös, Chloe Price. Uh, hella? Wer sagt das? Das ist eine Kali-Thinge. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas, buckle swash, plunder secret treasure. So, pirate. Obviously true. Maybe you'd like to be my first mate. Oh, are you accepting applications? Considering it. Okay, you say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work? Hmm. That place is a hellhole filled with shit. Shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel, though. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. Which brings me to your alleged cat allergy. Alleged? I'm calling lie. Why is that? I mean, maybe you're allergic. But I've passed by your locker a few times. And I've seen that old photo of a cat you keep in there. His name was Bongo. He was a gift from my dad. Did he pass away? Yeah. My dad died two years ago. I thought everyone knew that. I meant Bongo. Oh my god. Of course, that's what you meant. I'm so sorry. Hey, that's okay. Awkward moment of the year? Definitely. So, if my math is correct, you told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. No, I mean you're really good at this game. It's kind of creepy. I have a hard time imagining what creeps Chloe Price out. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first. Embarrassing number of moving violations, second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. I hate to break it to you. But Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. I'm just not really into touchy-feely shit. But I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. Now this is... I wouldn't mind listening to some music. Hey. Want to listen? It's a victory dance. Are you coming now? Now the start is in sight. Now history signs. With the common man. Are you one of us? Are you one of us? Are you one of us? Oh, das ist schön, ne? Mir gefällt das Lied gerade so gut. Ich lasse es jetzt noch. Das ist einfach cool. Die Musik ist wieder richtig gut. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich weiß nicht warum das hier ist. Irgendwas läuft hier ganz falsch. Sei das nicht, dass die Maus unter dem Geräusch steckt. Ich schalte hier die ganze Zeit den Ton an und aus am Laptop hier, der neben mir steht. Tut mir leid, wenn ich deswegen irgendwie doppelt höre oder nebengeräusche. Ich höre es leider nicht mit dem Hetz. Ich muss mal gucken dann. Ich denke aber mal, dass man so eigentlich die Folge beenden kann. Und dann auch wenn sie kurz sein wird. Ich gucke jetzt mal. Ich gucke einfach mal weiter. Und dann sehen wir mal. 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 Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich gucke mich, oder? Ich glaube, dass es mehr zu erleben, als nur Arcadia Bay gibt. Vielleicht ein Tag, ich will zurück in Long Beach. Oder irgendwo, aber hier. Vielleicht schneller als später. Was hat das gemacht? Manchmal... Ich fühle mich, dass ich keinen Grund bleiben muss. Keine Überraschung, Chloe. Wenn ich ein Tag... Ich bin einfach hier raus. Ich bin einfach hier raus. Lass mich wissen, ob du einen Akkampus brauchst. Check es raus! Wir sind hier! Was? Wo ist hier? Jump und find out! Did you say jump? Jump! Fuck it! Wir vertrauen ihr ja. Ne? Deswegen. Ja, auch wieder ein toller Schluss für eine Folge. Ein toller Cut eigentlich. Ich finde das selten genau gleich. Das ist eigentlich nicht richtig. Ich bin eigentlich im Alltag. Die ist nicht vorhanden. Ich bin eigentlich jungen. Also, das ist nicht vorhanden. Ich bin sehr überraschend. Ich bin sehr überraschend. Ich hatte mich angeln. Sie geht schon sehr zielstrebig. Ich bin ein sehr guter Blick. Ich bin froh, dass du hier ein neues Spiel zu spielen hast. Ein anderes? Ich liebe die Spiel. Das ist das, was ich in Theater-Klasse gelernt habe. Es geht um Improvisation. So far what I've learned about you is that you're into acting, lying and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hm. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. This game is so rich. Let's do this. This game is so rich. Na, da bin ich jetzt gespannt. Was sind doch alles so nett, eigentlich, ne? Okay. Don't axe, don't fell. Um, uh-huh. Oh, she used to cook. Yuck. Cliché match, A.W. and B.W.? If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost. Or some shit. I guess nature doesn't quite provide. All your woodland creatures have some self-respect. Ah, you fools. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Okay. Natürlich können wir das. Okay. Okay. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Ah, come. Bye, you fools. Okay. Nein, dazu haben wir gar keine Zeit. Von da sind wir gekommen. Ich denke, dass ich einen Schrauben öffnen kann. Hast du einen Knife auf dich? Ein Knife? Ja. Meine Mutter hat es mir gemacht. Äh, nein. Wie geht es mit einem Schrauben? Ich denke, du kannst jemanden mit einem Schrauben schrauben. Oh, genau. Natürlich, wir versuchen es. Hey, wie nah die Falle gehört denn mit dir, Mädchen? Hey, wie nah die Falle gehört denn mit dir, Mädchen? Ah, und wo ist die jetzt hin? Einfach weg. Okay, ich denke. Versch instinct力 لbt. Ich will nicht sagen, dass ich mich nicht beurteilen möchte, Du machst es für mich, Chloe-Price. Du bist wirklich die Begründer-Wieferer-Wieferer. Ich bin in all of deine Macht. Rachel riecht wie... Jasmin? Sie riecht mir jetzt auch mit mir? Ich sollte mich heute Morgen schrauben. Okay, hier ist das Spiel. Du findest einige Leute für uns zu spüren, und dann, du und ich werden, was sie sagen und denken. Das ist es? Ich mache das in meinem Kopf, während, wie, jeder Klasse. Siehst du? Du bist ein Natur. Lass uns das ein versuchen. Hey, was du sagen, wir barbequen ein paar Squirrels, wenn wir hier sind? Gott, du hast einfach die besten Ideen. Ich liebe diesen Mann. Was er jetzt denkt? Nein, egal wie schnell ich gehe, ich werde niemals auswählen. Das ist so tragisch. Aber auch schön. In ihrer eigenen Weise. Das ist so tragisch. Hm. Was ist passiert mit diesen beiden? Wenn du Essen möchtest, wirst du lernen, wie du dein eigenes Essen wirst, wie ein Mann. Aber ich weiß nicht, wie du ein bald eagle wirst, Dad. Du nicht? Was die Hölle wirst du dir in der Schule? Wow. Das war schweig. Too schweig? Perfekt schweig. Sweet Beanie. Was denkst du, sie denkt? Aber ich möchte, sie schauen. Aber ich würde mich beim Bilden von Natur anstausch. Was denkst du? Das Gras in der Mitte ist sooo nicht so selten. Ich kann nicht warten, für die Maschine zu nehmen. Was denkst du? Was denkst du? Das ist Spaß. Wer ist weiter? Was ist das? Bis zum nächsten Mal? Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Ooh, jackpot. Commence make-out session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Oh, honey, I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Yeah, I think that was Rachel's father. I don't know, I don't know. One of the two. I'm trying to keep up. Hören uns demnächst wieder, oder vielleicht stream ich heute auch noch die Beta mal sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und habt ein nice weekend, falls wir uns nicht mehr hören. Bye, Leute. Bye, Leute. Bye, Leute. Bye, Leute.